Moin moin meine Freunde und herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play Minecraft Together Adventure Map Dingsabomster ist mir auch egal. Ja, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ja hier! Das war die Schneewelt irgendwo, ja OPs hängt hinterher und ja. OPs! So, ich bin dann auch mal auf dem Weg hier. Oh, jetzt wird's, jetzt wird's schwer. Nico, mach Game Mode aus. Ja, ja, ich mach das schon weg. Okay, ich bin dann schon. Nico, mach Game Mode aus. Lass mich das Level grad machen. Jacob ist schon viel weiter. Wie immer. So, einmal da drauf. Ey, aber irgendwie versteh ich das nicht. Seitdem ich die X-Tory nehme, leckst bei mir, also bei mir selber auch gar nicht mehr. Oh, bin ich dumm? Mach du mal, ich schaff das irgendwie nicht. Ah, mein Minecraft leckt. Ich hausse Minecraft. Nein, ich liebe Minecraft. Verdammt. Ich liebe Minecraft auch. Verdammt. Aber leider ist das leider mal so, dass das immer leckt und im Singleplayer gar nicht. Ja, das geht nicht. Das ist scheiße. Ich hör mal im Hintergrund so die Stimme von Notch. Ich liebe dich auch. Oh mein Gott, ich liebe dich. Ja, ich hab's ja auch. Okay, ja. Du schwörst es auch. Äh, irgendwie will mein Minecraft nicht, ich habe zwei FPS, ein FPS, gar kein FPS. Hä? So, geschafft. Endlich. Stage 4 von 4. Und wo geht's weiter? Da. Oh mein Gott, oh mein Gott, es ist strong. Nein! Ah, scheiße. Du bist ein bisschen ziemlich leise gerade, Mr. GTCraft. Ja. Naja, das solltest du so schnellstmöglich ändern. I like it, I like it. I like it, I like it. Besser? Ja. I like it. Oh, oh. Oh, what the fucking moly fate. Fuckin. Oh, was mach ich hier? Mann, ey, wie schaffe ich denn den Scheiß hier nicht? Das ist alles kacke irgendwie hier. Alles so kompliziert. Oh mein Gott, down ist das. Evil Cheap. Also bei mir gibt es nicht Evil Chicken, sondern das Evil Cheap. Nein. Ich versteh's aber nicht mit Traps. Ich schwör's doch nicht. Ich schwör's doch nicht. Ach, ich geh einfach weiter. Ich hab's ja auch gemacht. Ja. Also mit Traps hatte ich, zwischen 2 und 8 FPS beim Zocken selbst. Jetzt sind's. Ach, schlecht. Jetzt sind's 8. Ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht. nicht durch noch mal A bei der Hälfte es genau an derselben Stelle gestorben er ist schwer zu rutschen das rutscht diese Kacke Känze beim Allerwärtsen wieso eigentlich immer bei der selben und sollte er euch das soll eins weiter ich ich glaube ich bin wohl schlechtester kommt schlechtester mein Kürzmann schon hat Erwärtschmerz spieler den Sport gegen den der wenig aber das war nicht gewusst aber auch verdammt die Köln der Leiterung mann jetzt hat es geleckt wo ich darüber springen wollte also ich weiß nur gerade nicht wo man lang springen muss aber sonst ist alles okay alles im Butter lehrten alles in Butter nicht so ich mag mir immer geblieben ist vielleicht egal das heißt damit gemeint sorgt was ist damit gemeint das alles okay ist kurz erklären Prozent so die Mannschaft ist heute noch weil wenn nicht dann muss ich überspringen und er hat er gar nicht ich wollte es geht so genau die Menschen wie das gehen ich bin zu tun da haben wir uns über die Lüge abtolge am Absatz wieder kommt man gar nicht hin aber alle selber er hat ja ein zweiter als ich und ich immer fünf Mann sowas kann ein richtig aufregen und sie wird werden von 50 ich bringe zu werden Nico Dien Bittlern man sich nicht aufgabend ist zauber er ich bin jetzt hier oben und wo geht es dann weiter zum Baum oder Nico und nein du musst finden auf ich bin doch ja oder er hätte mich verlassen klappen schön deutlich gehen noch ein zweiter verdammt wenn ich hier irgendwie der einzigste der die März hier schickt soll ja ja hier soll eigentlich unten Wasser einen aufhalten ich glaube schon weil alles aus Schnee ist ist das gefroren verdammt hä da kommt man doch gar nicht rüber ich bin zu dumm dafür soll mir das gehen hier wer macht das gerade hier die Scheiben kaputt ne das ist Eis da soll eigentlich Wasser hin aber wegen dem Schnee ist es gefroren ja das ist extra so man soll sich da Schaden holen ah hier geht es weiter ich hab's so nein nein verdammt seist du weil hier oben springen ganz oben oder geile Scheiße doch mal er weiß auch mein YouTube-Kanal und schreckt einfach mal die falsche Taste gedrückt das kann natürlich auch mal passieren wie doof muss man sein eh zuerst er ist jetzt ist er fertig die Regelschaft ist nicht das war es so ein und es wird zu Teil bringen mein Kürtel Kontrolle zocken obwohl die Scheiße müssen Kontrolle zocken nene nene und dann kann ich ja nein 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 ich er hat immer ein Böse, Junge, Böse, Junge, Böse, Alter, lass doch die Scheiße, was soll'n das, ich wollte doch gar nicht sprengen, ich hab das nur als Block benutzt, vor allem, weil ich dann ja nicht hochkomme, sonst, ich tu ja nichts explodieren, noch einen, ah, ich hab hier, ich hab hier Erde, okay, dann, das war, ja, ich hätte, ich hätte vielleicht, vielleicht auch, wenn ich mal ein bisschen im Inventar schauen würde, was aber nicht der Fall ist, weil ich zu faul bin, Atta, Atta, O7, ey, weg da, weg da, ich kann nicht sehen, ey, wo, wo, Stage, hier, wo ich bin, da, so, da, ach so, okay, aber komischerweise keine Tür, aha, aha, nicht mal auf den, auf den scheiß Block von der Erde kommt, da, jetzt ist aber hier, das machen wir hier mal, richtig, ey, wie soll man denn, wenn in der hochkommen, was hast du, man darf nicht rennen, steht da überall, ne, das ist ein, das ist ein, das ist ein long time to complete, aber es geht auch, es geht manchmal um einiges einfacher, wenn man nicht rennt, ja, aber oft ist es sinnvoll, äh, bring da hin, wo die jünger, auch zu früh spremt, nein, aber da muss man springt, probiert man, ne, schtzt, hat sie man wie es, so, ins Wasserbecken, so, weil ich da oben, worden komischerweise, weil kein Checkpoint ist, ey, wieso müsst ihr euch immer wieder Game Bitch, nee, weil hier auch mehr Voyager, und ist apps, bereits. Wo, wo geht's weiter? Ja, eh, ich sag schon, Paar, State, 4 zu 2. 4 zu 2 4 zu 8 Mann ich bin bei 4 zu 2 aber auch nö wisst ihr was ihr braucht diese ganze ganzen komischen Riesen Eisblock hier in der Luft gar nicht zu machen das ist ein Fake Ending also guck mal, dies ist not the end of the challenge you have reached the fake end okay weiter geht's ich nehme mal was aus der Tour obwohl nee schon alles leer die Geier waren am Start so hier nochmal das ist not the end of the challenge you have reached the Fake Ending ja super, wo geht's jetzt weiter ich frag's mich nämlich immer ich gehe einfach mal zu it is not gold, it is the end of the challenge wann ist die Folge zu Ende? ja dauert noch ja, warte, es leck gerade bei mir wir haben ja noch nicht lange aufgenommen in der Winterlandschaft wees mal vor, zocker, bei mir kein 10 Minuten, bei mir leckts gerade äh, congratulation you have completed challenge for try out the other challenges okay reward for heart challenge gold nuggets, okay die hab ich aber nicht, scheiße wo, gibt, da gibt's auch keine ich hab gold nuggets schon geholt ja okay, dann, äh, wo gehst du weiter warte, oh nein, 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 bitte nicht wenn ich jetzt reingehe, muss ich wegnehmen das ist ganz kurzer AFK warum? oh mein Gott, er ist AFK die Welt, die Welt geht unter nein, das geht nicht das geht nicht oh mein Gott, und das mit dem Netzplay wie das wenn Leute mal ankommen wird ich kann ihn nicht empfehlen das ist ein AFK genau, so weiter geht's so, jetzt gehen wir zum, zu der Checkpoint genau, und dann passt's auch und da ist ne Kuh, die tue ich erstmal abschlachten hier, sag, wer werse danke für's Schleisch hier Challenge 5 hier Challenge 5 so wieder das da ist Challenge 5 für ich bin weg war bei mir, aber hier Challenge 5 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 ohhhh ich geh einfach mal weiter Sprint Jumpers not alone Music Box Jakob, dein, deine Sache genau, er ist ein Music Man Music, eh, mach, 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 es wie heiß es ist da ist es grade oder so an ja, da hab ich noch ein paar Music Box ist da hinten genau wo exit hier ok, ich geh da mal auf den Moosblöcken weiter da geht's also wo ist der Anfang wo ist der Anfang ah ne, das ist 5 von 1 dann 5 von 6 ne, das ist komplett falsch ja, wo müssen wir hin 5 5 5 von 1 das ist irgendwie undogisch dann geh mal halt mal genau da wo ihr müsst in 5 von 1, ne und ich hab hier einen Diamanten in der Kiste gefunden man, ey, wieso lecken das jetzt schon wieder her ok wo ist denn hier 5 bis 1 an ah, Gott, ey, irgendeiner steht einem immer im Weg oh Gott, ey verdammt ah, das habe ich gesehen, ich kenne das Video aus dem Let's Play nein das ist so die Level danach sind so ätzend, da werden wir noch die nächsten 5 das ist doch scheißegal das wird das ist so wir machen das eher so lange wie wir Bock haben, also ich würd sagen ja, also das ist ja ich kenn's ja, Minecraft an sich endlos oh ich bin, ich bin schlecht, ist zu ehrlich wer so ja mach ich mach ja das gerade ah Gott, ey man muss da rennen ich hab nicht die so, jetzt mach ich doch nicht ins Wasser, ja doch musst du nicht gehen ja, lau ich mal Kollege wofür ja, weite Wurst wofür soll doch weiterkommen und wieso ist Nico Dietz da grad durch die Wand gegangen weil er der Dietz ist keine Ahnung, es hat ein Leck bei mir im Back, aber das wird noch witzig, das da ich versuche, wenn du mal aus dem Weg gehst, GT Craft ach du Jakob mann, doch nicht ins Wasser ja oh Gott für Gott wieso geht denn der jetzt nicht mehr an? wieso geht denn der muss jetzt nicht hier raus? ich hab 15 fps ich schau mal bei mir ich hab auch nicht gerade viel mehr ich hab 26 ja 3 mpc hat nicht immer Vorteile jetzt nochmal 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 mal gucken wir machen weiter Jakob wir haben es geschafft nein wir haben es nicht geschafft Kamera weg mach mal ja wir sind gut GT ohne Schalter ja da ist ein Schalter an der Wand guck mal an der Treppe ach man mir leckt es gerade oh man so die Oberloser und bei mir leckt es gerade übel ich hab keinen Bock mehr echt mal dieser scheiß pc ähzt mich an der Stelle viele grüßen meine Oma aha ich hab jetzt eine neue Taktik entdeckt du musst einfach wenn du den ersten Block berührst musst du einfach rennen und grad aus weiter dann muss man also nicht warten normalerweise so was bei mir wir sind wartet eben komischerweise sind hier keine Schalter zum öffnen der Checkpoint ich hab ja dort da ist ein Schalter an der Tür du grümpflich aber ich kann ihn ich versuch mal nein hier wackert keiner ich war Ochmann da hätte ich jetzt natürlich rennen sollen jetzt müsste der Checkpoint offen sein da ist der Checkpoint ich mach Checkpoint für Chita Checkpoint für Chita Checkpoint für Chita also wer echt machen will der wird sich hier absch ok dann komme ich jetzt mit ganz einfach kurzer Prozess was bei mir leckt es gerade so verdammte Kacke ich hasse es ja weil die ganzen Pistons deswegen ah jetzt gehts einigermaßen wieder ich geh mal kurz hier so ja das ist wohl wirklich nicht das optimalste 22 Frames verdammt ich frag mich was das eigentlich los ist ja das kommt wegen den ganzen Pistons ja ok Mumma du sagst du hast ein High End PC was ist denn da ein High End an deinem PC ja alles sozusagen was heißt ich weiß ich weiß was ein High End PC ist aber was hast du für keine Grafikkarte ist High End kostet 400 Euro und so also soll ich sagen was ich für welche Sachen hab können zu machen Radeon HD 7970 mit 3 GB RAM ja das ist schon mal sehr stark und Prozessor 8 Kerne am DFX 8150 der Leute ich weiß warum es leckt wir haben in den alten Stage die Pisten angelassen kann man jetzt nichts mehr ändern oder so ich geh grad in die alten ah wenn er mich durch die Tür lassen würde und äh gtcraft und äh deaktivier grad mal die alten Pistons gtcraft äh und äh RAM hab ich RAM hab ich 12 GB das dürfte auch ausreichen so ich bräuchte ich bräuchte ich bräuchte einen Koop-Spieler eben ganz kurz ja wer gerade bei ihm ok dann niemand muss sich hin du erscheinst so da ist auch der ich sage oh es leckt es leckt hey wo geht's denn hier rein hallo ich mache jetzt ein die Scheiße wenn ich auf den ersten Teil bin ne wow liegst du den Schalter da oben ok den da wo ich hin ok ja geh mal aus dem Weg ich gehe hier ok und jetzt 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 ok jetzt haben wir es dann machst du das ich kann nur ein bisschen für sich für weniger bei mir genau so beziehungsweise geht hier wird es jetzt besser sein wo wir wollen mach mal wieder an mach mal wieder an mach mal wieder an geht's jetzt mit den Frames ach so ja ok ja ok geht's jetzt mit den Frames einigermaßen ja naja ich habe gerade 19 macht ihr hier ja ich warte ja auf Jakob beziehungsweise Felix ähm ja das habe ich gerade eben geschafft nur bin ich auf die Vita äh soll ich nochmal dann ja soll ich nochmal äh ja das war wieder die S-Taste soll ich jetzt ja genau so und an ja ist an nein johanns aus zack alles aus jetzt ok und wie komme ich jetzt denn darüber da muss jetzt einer von euch also von den anderen die noch nicht drüben sind um müssen wir auch nicht auch jeder würde ich sagen beenden war mal wieder den Part und den anderen nächsten zauberlehr ja 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 ja